Hallo, ich bin Svetlana vom Kanal Mami Love. Ich bin 27 und ich habe einen 18 Monate alten Sohn namens Max. Auf meinem Kanal geht es um das Leben mit Kleinkind, es gibt Follow Me Arounds, Kochrezepte, Bastelideen und vielleicht auch bald Baby Updates. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischauen würdet und habt viel Spaß beim Video. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte für euch heute gerne den Schwangerschaftstag machen und wir starten auch gleich mit der ersten Frage. Was war dein schönstes Erlebnis bis jetzt in der Schwangerschaft? Das schönste Erlebnis war wirklich, als ich mein Baby das erste Mal dann auf dem großen Monitor gesehen habe und auch als ich es das erste Mal gehört habe und als ich es das erste Mal gespürt habe. Also wenn man dann auch wirklich begreift, dass da ein kleiner Mensch in sich selbst heranreift. Das sind so eigentlich die schönsten Momente in der Schwangerschaft. Was war dein schlimmstes Erlebnis in der Schwangerschaft? Ich glaube dazu zählt natürlich die Übelkeit am Anfang, aber auch die Symphysenschmerzen. Ich glaube das schlimmste Erlebnis war wirklich, wo ich das erste Mal so ganz ganz stark diese Symphysenschmerzen hatte und ich hatte ja da eher Angst, dass mein Muttermund geöffnet ist und dass irgendwas mit dem Baby ist, was er zum Glück nicht war. Aber das war so das schlimmste Erlebnis, weil ich dachte jetzt ist irgendwas, jetzt gibt es irgendwelche Komplikationen. Ohne welches Lebensmittel könntest du zur Zeit nicht überleben? Also es gibt so zwei Sachen, die ich in der kompletten Schwangerschaft hätte ausschließlich essen können. Und zwar waren das Nudeln in jeglicher Kombination, am liebsten halt irgendwie mit Tomatensauce und Kakao. Also ich habe Unmengen Kakao getrunken. Ich bin dick geworden und ich hatte unreine Haut und ich habe nichts komisches gegessen oder so. Ich hatte auch keine großartigen Fressattacken. Belege ich ein typisches Klischee? Was hat man denn so für Klischees von Schwangeren? Das ist doch so dieses Typische, dass sie irgendwelche komischen Sachen essen. Das habe ich auch bei Vince nicht gemacht und so hatte ich auch jetzt das Bedürfnis nicht danach. Belege ich ein typisches Klischee? Nein, keine Ahnung. Ist dein Freund, Partner, Mann mitschwanger? Manu ist etwa genauso dick wie ich? Also nein, sein Bauch ist nicht ganz so groß. Aber es kommt schon annähernd dahin. Ja, also es ist schon ein Co-Schwanger. Welches war bzw. ist dein stärkstes Schwangerschaftssymptom? Das war auf jeden Fall die Übelkeit am Anfang. Die hat sich ja auch wirklich über Wochen ziemlich stark hingezogen. Dann Müdigkeit war auch vorherrschend in der Schwangerschaft. Hat sich auch durch die ganze Schwangerschaft gezogen. Bei Vince hatte ich die Müdigkeit nur am Anfang. Und diesmal war es aber wirklich auch dauerhaft. Wem wolltest du als erstes von der Schwangerschaft erzählen? Ja, Manu war ja dabei, als wir den Schwangerschaftstest gemacht haben. Also sowas mache ich immer mit ihm zusammen. Und wem haben wir es dann als erstes erzählt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also man hat dann halt angefangen, es der Familie zu erzählen und den Freunden und den YouTube-Zuschauern. Dadurch, dass es Manu halt gleich wusste, wusste es ja der wichtigste Mensch sowieso schon. Was war das Erste, was du für dein Baby gekauft hast? Hm, ich vermute es waren Klamotten, aber ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen. Was war denn das Erste, was ich für das Baby gekauft habe? So viel Neues habe ich ja gar nicht gekauft, weil ich ja noch einiges auch von Vince hatte. Aber ich nehme an, es war irgendein Kleidungsstück wahrscheinlich. Denke ich mal. Wie stellst du dir vor, wie dein Baby aussieht? Es ist ja schon die Frage, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Gut, wahrscheinlich hat es wieder genauso wenig Haare wie Vince und ganz, ganz helle Haare. Und es ist genauso knautschig und undefinierbar am Anfang wie Vince und entwickelt dann erst langsam irgendwie so Gesichtsformen. Es wird ein, wieder kein sehr properes Baby sein, so wie Vince ja auch nicht so ein dickes Baby war. Ja, es wird halt aussehen wie so ein kleines, rosiges Baby. Die Frage ist nur, welches Geschlechtsteil es hat. Was war das ekligste, seltsamste, was du gegessen und getrunken hast? Da gibt es wirklich nichts. Also ich hatte nie irgendwie das Bedürfnis, irgendwas komisches zu essen. In irgendeiner komischen Kombination oder so. Und ich kenne auch niemanden, dem das in seiner Schwangerschaft so ging. Kennt ihr jemanden oder habt ihr irgendwas komisches in der Schwangerschaft gegessen? Ich kenne niemanden. Also es ist so ein Klischee, ich weiß gar nicht, wo das herkommen soll. Wie bzw. was war die schönste Reaktion, als du von deiner Schwangerschaft erzählt hast? Äh, also es hat keiner geweint oder so. Ja, es haben sich halt alle gefreut, ne? Aber dass jetzt irgendjemand ausgeflippt wäre. Wie zum Beispiel, wo meine Freundin mir letztens gesagt hat, dass sie jetzt schwanger ist. Da kamen mir doch ein bisschen die Tränen. Aber das lag erstens daran, dass ich durch die Schwangerschaft und die Hormone sowieso ein bisschen nah am Wasser gebaut bin. Und weil sie halt wirklich drei Jahre lang versucht haben, jetzt ein zweites Mal schwanger zu werden. Und da habe ich mich dann wirklich doch so gefreut, dass mir ein paar Tränchen kamen. Aber bei uns kann ich jetzt nicht sagen, dass da jemand, dass da jetzt eine Reaktion gewesen wäre, die mir jetzt so im Hinterkopf bleibt, weil sie halt so mega krass war oder derjenige sich so extrem gefreut hätte oder so. Ähm, und dann sind wir auch schon bei Frage Nummer 13. Ab wann habt ihr realisiert, dass ihr schwanger seid? Als meine Tage ausblieben. Genau, ich war dann so, ich glaube, zwei, drei Tage überfällig. Dann haben wir den ersten Test gemacht und da war der Strich nur so ganz, 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 ganz hell. Da waren wir so, hm, naja. Und dann haben wir, ich glaube, einen Tag später oder so dann nochmal einen Test gemacht. Da war er dann schon ein bisschen dunkler. Und dann kamen die Tage auch nicht. Und dann hatte ich ja auch den Termin bei der Frauenärztin, der das bestätigte. Und ja, einfach so dieses klassische, meine Tage blieben halt aus. Seid ihr der Meinung, dass ihr überinformiert seid und alles zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Baby wisst? Nein, zum Glück nicht. Also ich bin so jemand, ich schaue mir weder Geburtsberichte an, ähm, noch lese ich da irgendwie viel im Internet oder treibe mich in irgendwelchen Foren rum oder so. Ich will das alles gar nicht so genau wissen. Ähm, natürlich weiß man so einiges von seiner ersten Schwangerschaft und Geburt. Ich habe einiges, gerade auch was die Geburt anbelangt, von Vince gelernt, was ich diesmal anders machen möchte zum Beispiel. Ähm, darüber werde ich aber in ganz vielen verschiedenen Videos auch sprechen, was mir bei der Geburt halt wichtig ist, was anders laufen soll als bei Vince beispielsweise. Oder was ich gelernt habe, was ich mit ins Krankenhaus nehmen muss, was ich bei Vince halt nicht dabei hatte oder so. Aber ich bin jemand, ich lasse das gerne alles auf mich zukommen. Ich bin gern unvoreingenommen. Weil zu viel Wissen bedeutet auch irgendwo, ja, sich Angst machen zu lassen oder sich dann zu viele Gedanken zu machen und das will ich eigentlich nicht. Und die letzte Frage, Fastfood oder gesund, wie macht ihr es? Tja, also ich esse schon nicht nur das, auf was ich Lust habe. Weil sonst würde es wirklich nichts anderes außer Nudeln geben. Und wenn Nudeln, dann versuche ich auch Dinkelnudeln oder Vollkornudeln oder solche Sachen. Aber natürlich gab es auch Fastfood in dieser Schwangerschaft. Ganz, ganz wenig McDonalds, weil ich da so überhaupt gar keinen Appetit drauf hatte. Aber es gab schon auch meine Pizza oder sowas. Aber ansonsten habe ich es so gehalten, wie ich es auch gehalten habe, wenn ich nicht schwanger war. Also Fastfood waren immer Ausnahmen und dann war es was Besonderes. Und dann hat man das natürlich genossen. Ansonsten habe ich mich schon mäßig gesund ernährt. Also wenn ich nicht schwanger bin, dann ernähre ich mich noch ein bisschen anders. Dann gibt es weniger Kohlenhydrate und dann schiebe ich auch schon mal ein, zwei Tage ein, wo ich so ein bisschen entschlacke zum Beispiel oder so. Das habe ich jetzt alles in der Schwangerschaft nicht gemacht, weil ich dem Baby natürlich die bestmögliche Ernährung zuteilwerden lassen wollte. Auf nichts verzichten wollte dann auch. Gerade die Kohlenhydrate, normalerweise esse ich halt einfach weniger. Aber ich hatte auch zum Teil Lust auf diese Kohlenhydrate auch wirklich. Und man sagt ja, dass diese Heißhungerattacken oder auch worauf man in der Schwangerschaft halt einfach Lust hat, gerade wie zum Beispiel mit dem Kakao, mit der Milch, das zeigt halt auch, was der Körper gerade verlangt, was er braucht, halt Milch, Calcium. Und deswegen habe ich dem auch einfach nachgegeben. Ich freue mich aber nach der Schwangerschaft wieder darauf, wieder mehr auf meinen Körper achten zu können. Sowohl natürlich mit Sport, was mir ja relativ schnell nicht mehr möglich war in dieser Schwangerschaft, aber auch mit der Ernährung, dass ich da halt auch mal wieder ein bisschen weniger Kohlenhydrate esse. Und das macht mir ja auch einfach Spaß, dann so ein paar Rezepte auszuprobieren, die so, wenn man abnehmen möchte, geeignet sind. Und da freue ich mich auch schon wieder drauf. Aber jetzt so in der Schwangerschaft habe ich wirklich die meiste Zeit gegessen, worauf ich Lust hatte, aber schon, ich würde sagen, es war halt so ein Mittelmaß. Es war nicht extrem ungesund und es war nicht extrem gesund. Und ich bin damit ja ganz gut gefahren. Zugenommen habe ich trotzdem, selbstverständlich auch mehr, als ich eigentlich wollte. Aber gut, man hatte halt nicht so viel Einfluss drauf. Gerade weil ich halt von Anfang an dann keinen Sport mehr machen konnte, ist man natürlich auseinandergegangen. Aber ich fand, so optisch hat sich schon in Grenzen gehalten. Also bei Vince, weiß ich noch, hatte ich so ein Gesicht am Ende. Das ist mir ja zum Glück erspart geblieben. Aber das lag bei ihm, glaube ich, auch an den extrem starken Wassereinlagerungen, die ich jetzt auch nicht so stark habe. Dafür habe ich Megazellulite, was ich bei Vince wiederum nicht hatte. Also es gibt auch extreme Unterschiede zwischen diesen beiden Schwangerschaften einfach auch. Und genau, das war der Schwangerschaftstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch die Fragen unten in der Infobox, falls ihr auch mitmachen wollt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.